Das heißt, wenn auch nur eine Person das Video sieht und sich durchklickt, kann man eben bis zu 238 Dollar Umsatz machen. So, herzlich willkommen zu diesem Videotraining heute. In diesem Video verrate ich dir, wie du 500 Euro pro Tag mit YouTube online verdienen kannst, ohne eigene Videos, als Anfänger, ohne Startkapital und ohne dein Gesicht zu zeigen. Und wenn dir das gefällt, dann smash den Like-Button, hau da richtig fett drauf, sodass der blau anläuft oder in meinem Fall eben grün. Denn dann zeigt dir der YouTube-Algorithmus noch mehr Videos an, die dir dabei helfen, dein eigenes Online-Business aufzubauen, wie dieses hier zum Beispiel, wo du ganz genau lernst, wie du mit YouTube eben 500 Euro pro Tag online verdienen kannst. Und viele denken, dass du viele Follower brauchst, um mit YouTube Geld zu verdienen und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und ich zeige dir ganz genau, wie das funktioniert, sodass du in der Lage bist, jeden Tag 500 Euro pro Tag mit YouTube zu verdienen. Und in diesem Video werde ich dir außerdem auch noch zeigen, wie du das Ganze machst, ohne, wie gesagt, dein Gesicht zur Schau zu stellen. Aber ich werde dir auch einen Prozess geben, mit dem du das Ganze automatisieren kannst und andere Leute für dich den Content erstellen lassen kannst. Und wenn dir das gefällt, dann starten wir einfach mal mit dem Video. Als allererstes musst du natürlich noch wissen, dass YouTube eine kostenlose Besucherquelle ist. Also wenn du hier Content erstellst, kannst du Leute auf einen Online-Shop zum Beispiel schicken und eben kostenlose Besucher auf diesem Store bekommen. Und wenn die Besucher dann in Kunden umgewandelt werden, kannst du mit einem einzigen Verkauf schon ziemlich gutes Geld verdienen, wie ich es dir aber auch noch später im Video zeigen werde. Das Ganze, was ich dir zeige, ist skalierbar. Das heißt, was du im Kleinen schaffst, kannst du auch im Großen schaffen. Beispielsweise, du machst deinen ersten Verkauf, verdienst 50 Euro und dann kannst du das wieder replizieren und dann wieder und dann wieder, so dass du dann auch in der Lage bist, 500 Euro und mehr am Tag mit YouTube zu verdienen. Das Ganze ist automatisierbar, das heißt, das können auch andere Leute für dich erledigen. Und der positive Nebenaspekt dabei ist, dass du dir auch eine Marke aufbauen kannst. Warum ist das wichtig, werde ich dir später im Video noch verraten. Außerdem ist diese Strategie, die ich heute mit dir teile, besonders gut, denn Leute, die von YouTube kommen, die haben eine besonders hohe Conversion Rate. Das heißt, sie vertrauen dir und du musst nicht so viele Besucher auf deinen Shop schicken, um eben einen Verkauf zu erzielen. Außerdem schaffst du es durch diese Strategie auch einen hohen Lifetime Value von den Kunden zu bekommen. Also das heißt, dass dein Kunde nicht nur 5 Euro bei dir ausgibt, sondern immer wieder kommt und immer wieder und immer wieder was einkauft. Und das ist mega, mega genial. In diesem Video werde ich dir aber auch noch ein paar Fallstudien präsentieren von Seiten, die diese Strategie auch schon nutzen und auch schon sehr, sehr groß sind. Und ich habe diese Strategie nicht erfunden, ich habe sie aber aufs nächste Level gebracht. Ich zeige dir schon mal ein paar Seiten, die diese Strategie so ähnlich nutzen, also YouTube-Kanäle zum Beispiel und aber auch Online-Shops, wo eben diese YouTube-Kanäle ihren Traffic hinschicken, also ihre Abonnenten zum Beispiel hinschicken, Leute, die deren Videos gucken. Und dann werde ich dir ganz genau zeigen, wie ich diesen Prozess für mich nutze und werde dir auch ganz genau noch den Prozess in Trello zeigen, sodass du den einfach eins zu eins für dich kopieren kannst. Und wenn dir das gefällt, dann wie gesagt, zerstör den Like-Button. So, als allererstes musst du natürlich verstehen, wie man denn überhaupt hier mit YouTube 500 Euro am Tag und mehr verdienen kann. Und die Strategie, die male ich dir jetzt mal eben auf. Die Strategie ist wirklich simpel, aber schau trotzdem ganz genau im Detail hin, denn das, was ich dir jetzt am Ende von dieser Strategie zeige, das entscheidet natürlich darüber, ob du erfolgreich sein wirst oder eben nicht. Als allererstes brauchst du natürlich deinen YouTube-Kanal. Ich mache einfach YT für YouTube, damit du das verstehst. Dann wirst du auf diesem YouTube-Kanal Videos publizieren mit gutem Content und in den ersten 60 Sekunden von jedem Video wirst du zum Beispiel auf deinen Online-Shop weiterleiten. Also Online-Shops, in denen du Produkte listest, die zum Beispiel zu einem bestimmten Hobby gehören, wie zum Beispiel Golf, Seilspringen, Tauchen und so weiter. Im nächsten Schritt gehen wir dann hin und gewinnen Kunden. Also die Formel ist wirklich simpel. Du machst YouTube-Videos, schickst auf einen Online-Shop, die Leute, die da drauf gehen, werden zu Kunden. Und wenn diese Leute zufrieden sind, dann hast du den Vorteil, dass diese Leute wieder kaufen. Und entweder kaufen sie dasselbe Produkt nochmal oder sie kaufen ein anderes Produkt, was ähnlich ist, was ihnen dabei hilft, noch mehr aus ihrem Hobby zum Beispiel herauszuholen. Oder aber auch, sie gehen hin und holen gleich noch ein paar weitere Freunde hinzu, die ebenfalls kaufen, um gemeinsam Seil zu springen oder gemeinsam golfen zu gehen. Und das ist halt mega cool. Und wenn du überlegst, ein Produkt kannst du für 100 Euro verkaufen oder das kannst du dir zum Beispiel für 200 Euro verkaufen und das wird dann automatisch an die Kunden zum Beispiel rausgeschickt, wenn jemand was gekauft hat. Und jeder einzelne Kunde hier kann nochmal 100 wert sein, der kann 300 wert sein, der kann zum Beispiel nur 50 Euro wert sein, weil er ein anderes Produkt geholt hat. Aber du siehst schon mal, so verdient man in 2021 und weiterhin auch sein Geld. Also wirklich hier diesen Prozess zu optimieren und dauerhaft Leute auf seinen Online-Shop bringen, sodass du dann auch immer schön Traffic bekommst und mehr Produkte verkaufst. Und an dieser Stelle sind auch wirklich alle drei Aspekte gleich wichtig, weil es reicht nicht nur aus, hier ein gutes YouTube-Video zu haben, nein, du brauchst wirklich gute Produkte mit schnellen Lieferanten und du musst hier auf die Kundenzufriedenheit sehr, sehr viel Wert legen. Und du möchtest ja auch, dass die Leute weiterhin auf weitere Videos gehen von dir, auch das Ganze weiterempfehlen und so noch mehr Umsatz bei dir im Store auslösen. So, jetzt zeige ich dir ein paar Fallstudien von YouTube-Kanälen, die wirklich gutes Geld verdienen und ich zeige dir auch, was du tun kannst, um dich eben von diesen inspirieren zu lassen und natürlich noch einen draufsetzen kannst. Und wenn du auch schon so gespannt bist wie ich, dann hoppen wir jetzt mal auf den Bildschirm. Diesen Kanal, den kennen die meisten, das ist MadeMyDay und das ist ein Kanal, der hat eigentlich immer nur Wow-Content oder unterhaltsamen Content, aber so einen Kanal kann man auch in einer anderen Nische bauen, wie zum Beispiel Camping, wie zum Beispiel im Fitnessbereich. Und es gibt noch viele weitere Beispiele und im Prinzip macht MadeMyDay eigentlich nur Listenposts, zum Beispiel hier fünf unterirdische Städte und das klicken wir uns jetzt auch mal an und analysieren das Ganze mal. So, klicken wir einmal hier drauf. Eine 4000 Jahre alte verborgene Stadt, unterirdische Spukkammern und das geheimste Bauwerk der Bundesregierung. Und da fällt dir sofort auf, dass es im Prinzip ein Video ist, wo nur gesprochen wird und die Person, die spricht, ist nicht im Video zu erkennen. Das ist nämlich mega cool und das sorgt auch dafür, dass wir das Ganze gesichtslos haben, aber trotzdem interessant und wir agieren als Brand und nicht als Person, wie ich jetzt hier zum Beispiel gerade. Und das sorgt dafür, dass wir mehrere Videos auch am Tag veröffentlichen können, wenn wir das wollen und so eben viele Abonnenten aufbauen können, viele Leute auf einen Online-Shop bringen können und so Geld verdienen können. MadeMyDay zum Beispiel verdient kein Geld mit einem Online-Shop. MadeMyDay verdient Geld dafür, dass Leute die YouTube-Videos angucken und Ads darauf ausgespielt werden, also Werbeanzeigen. Und umso mehr Leute darauf klicken, desto mehr Geld verdienen sie. Aber das ist nicht die beste Methode, um mit YouTube zum Beispiel Geld zu verdienen. Und aus diesem Grund gibt es noch andere YouTube-Kanäle, die ich dir auch noch zeigen möchte. Aber zuerst zeige ich dir noch einen weiteren Kanal, damit du einfach checkst, was hier dieses Format einfach ist. Und das ist ein älterer Kanal, der hat vor zwei Jahren leider aufgehört, aber der hat das Ganze auf die Spitze getrieben, hat einfach nur noch Top-10-Listen gepostet. Und der hat das sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Und aus diesem Grund machen wir euch mal ganz kurz hier eins an. Dann siehst du wieder. So, du siehst eigentlich auch wieder nur nichts. Oh Gott, Gütiger, da kommt Ungewisses aus dem Himmel auf und zu. Top-10 Leute, 10 komische Dinge, die vom Himmel gefallen sind, Teil 2. So, und du siehst jetzt schon wieder keine Person, die zu sehen ist, ja, aber wieder ein Video mit Voice-Over. Und that's it, das ist das Geheimnis. Hier hast du schon wieder nichts in der Videobeschreibung verlinkt, also es wird wieder nichts verkauft, sondern es wird wieder nur mit YouTube-Werbung monetarisiert. Also der verdient jetzt nur noch Geld darüber, dass Leute das Video gucken. So, und es gibt, wie gesagt, eine bessere Methode. Und da kommen jetzt zum Beispiel diese Firma hier ins Spiel und die heißen Alux. Und das finde ich mega genial, weil die machen wieder genau dasselbe. Also die machen auch wieder List-Content, zum Beispiel 15 Business Lessons from Mukesh Ambani. Das ist ein englischer Kanal und die verlinken in der Beschreibung zu verschiedensten Seiten. Und unter anderem jetzt hier auf ihre eigene Seite, wo sie zum Beispiel ihre Online-Kurse verkaufen. Und ich empfehle jedem Anfänger einen Kanal zu bauen, der zum Beispiel in einem bestimmten Bereich ist, wie jetzt zum Beispiel Camping. Und dann auf einen eigenen Camping-Online-Shop zu verlinken und immer Camping-Content hochzuladen. Demnach also Top-10-Listen zu Camping zu erstellen. Und ich habe auch einen Prozess dafür, den zeige ich dir auch später im Verlauf des Videos. So, und ich möchte jetzt auch noch einen zeigen, der jetzt wirklich auch hingegangen ist. und zum Beispiel physische Produkte verkauft. Ja, die haben jetzt nicht dieses Gesichtslose gemacht, sondern die haben eher eine Personal-Brand aufgebaut. Aber die haben ein physisches Produkt am Start. Und das ist zum Beispiel Jump-Rope-Dudes. Also du kannst zum Beispiel einen Kanal machen, wo es über Seilspringen geht. Und dann kannst du in deinen Videos auf eine Seite verlinken, wie zum Beispiel diese hier. Ja, du siehst hier, das sind auch diese Personen, die beiden. Dieses Video ist im Prinzip jetzt so eins wie das, was ich jetzt hier gerade mache, wo einfach nur was erklärt wird. Und das ist natürlich auch super. Aber wenn du dein Gesicht nicht zeigen möchtest, musst du das nicht unbedingt tun. Wichtig ist einfach nur, dass du siehst, hier im obersten Link in der Beschreibung ist ein Link zu dieser Webseite, wo eben das Produkt verkauft wird. Dieses Crossrope heißt das. Und dieses Crossrope ist halt einfach mal ein super Produkt. Ich habe das selber, ich nutze das auch. Aber du siehst hier, das gibt es für einen Startpreis von 99 Dollar. Und im großen Paket für 238 Dollar. Das heißt, wenn auch nur eine Person das Video sieht und sich durchklickt, kann man eben bis zu 238 Dollar Umsatz machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dieses Video hier hat zum Beispiel 38.000 Aufrufe und sagen wir mal nur 2% dieser Leute kaufen dann am Ende auf der Seite, dann hast du einen Haufen Shot davon mit einem einzigen Video. So, und als nächstes zeige ich dir ganz genau, wie jetzt der Prozess funktioniert, sodass du in der Lage bist, das Ganze entweder selbst zu machen, also diese Videos selber zu erstellen, ohne dein Gesicht zu zeigen. Und so dann eben auch mit YouTube 500 Euro am Tag und mehr zu verdienen. Außerdem zeige ich dir auch noch einen Weg, wie du das anstellen kannst, dass andere Menschen für dich den Content erstellen, und zwar von A bis Z. Und wenn du das Ganze so automatisiert hast, dann ist das ziemlich nice, denn dann brauchst du nur noch eine Idee ins System geben, die geht dann durch den kompletten Prozess, durch jeden einzelnen Schritt, und du musst im Prinzip nur noch die Leute dafür anstellen, und das ganze Business läuft von komplett alleine. Und wer möchte das nicht haben, ein komplett von alleine laufendes Business. Ein bisschen Management muss natürlich gemacht werden, du kannst zum Beispiel einen Projektmanager noch einstellen, der das dann eben für dich noch erledigt. Aber ja, wo bleibt denn da überhaupt denn noch der Spaß, wenn man alles abgibt? Oh, hey, du, du schaust doch gerade das Video, oder? Und du wirst doch sicher festgestellt haben, dass du hier viel Mehrwert bekommst. Und wenn du dich fühlst, dass du Mehrwert bekommst, wie wär's, wenn du mir ein bisschen Mehrwert gibst und den Kanal abonnierst, den ganzen Like gibst, und so kann ich dir noch viel mehr Mehrwert geben, und ich mach einfach weiter in diesem Video und geb dir noch viel, viel mehr Mehrwert, und im nächsten Video bekommst du dann noch mehr Mehrwert, und dann wird das hier eine ganze Mehrwertüberhäufung. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben, und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Und dann würde ich sagen, drückst du auf Like und auf Abonnieren, und ich mach weiter mit dem Mehrwert. Also, tschu. So, ich zeige dir jetzt ganz genau, wie du mit YouTube 500 Euro am Tag verdienen kannst und das Ganze automatisierst. Ja, das ist nämlich eine sehr, sehr nice Sache, und die zeige ich dir jetzt hier ganz genau. Wir brauchen für den Prozess Trello. Trello ist ein Tool, mit dem wir Prozesse erstellen können im Kanban-System. Das bedeutet, dass du eine Aufgabe erstellen kannst, und die wird von links nach rechts durch ein Board durchgezogen. Ich mach dir jetzt gleich ein Beispiel. Als allererstes meldest du dich für einen kostenlosen Trello-Account an, und dort legen wir ein neues Board an. Dieses nennen wir zum Beispiel YouTube. So, und jetzt haben wir ein frisches Board erstellt und legen dort einfach mal alle Kartenstapel an, wo wir eben unsere Video-Ideen durchziehen. Und wir nehmen jetzt hier eben, erster Kartenstapel machen wir Idee. Zweiter machen wir Thumbnail, weil ich finde, wenn das Thumbnail fertig ist, dann hat man mehr Lust auf das Video. Das ist ja eine ganz coole Sache. So, dann machen wir immer das Skript, dann machen wir das Voice-Over, dann gehen wir hin und machen Video-Edit. Und dann gehen wir hin und machen Publizieren. So, und dann machen wir noch ein letztes mit Fertig. Und jetzt gehen wir einfach nur noch hin und hauen vorne eine Video-Idee rein, zum Beispiel Seilspringen lernen oder je nachdem, was du halt gefunden hast und welchen Markt du halt auch sein möchtest. Ja, gehst du dann durch und überlegst dir alle Ideen, die du halt so haben kannst. Und dann machst du einfach eine ausführliche Recherche mit Video-Ideen, die du eben machen könntest, um eben dein Produkt zu bewerben. So, und sagen wir jetzt, du möchtest das Video Seilspringen lernen nehmen und bearbeiten. Ganz einfach, du gehst jetzt hier auf Seilspringen lernen, ziehst das auf Thumbnail drauf, bearbeitest dann das Thumbnail, also das Video-Build in Photoshop, Canva oder Glorify oder wie auch immer die alle heißen. Wenn das fertig ist, schreibst du das Skript, das du dann auf dem Teleprompter vorliest oder einfach ein Voice-Over machst mit so einem Mikrofon wie diesem hier zum Beispiel. Dann nimmst du, wenn du das fertig hast, ziehst du das auf den Video-Edit, gehst hin und nimmst Stock-Bilder zum Beispiel oder Stock-Videos. Das sind Videos, die eben kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder halt gegen eine Lizenzgebühr und dann kannst du das editieren, ohne dass du eben vor der Kamera sein musst. Wenn du es fertig hast, dann publizierst du das Ganze und bereitest alles vor, Titel, Beschreibungen, Tags und so weiter, die du halt in YouTube brauchst. Und wenn das fertig ist, dann ziehst du es auch fertig und das machst du immer und immer wieder. Und das Gute bei genau dieser Vorrangensweise ist einfach, dass du jeden einzelnen Prozess hier, zum Beispiel das Thumbnail oder das Skript oder das Voice-Over, das kannst du outsourcen. Und das bedeutet, dass andere Leute für dich eben diese Teilaufgabe machen. Und ich kann dir mal kurz ein paar Fiverr-Leute zeigen, die eben genau diese Teilschritte für dich machen, sodass du skalieren kannst und das Ganze auch automatisieren kannst. Ich empfehle dir, die ersten 15 bis 20 Videos selber zu machen, damit du genau weißt, wie das funktioniert. Aber ab dann, auch wenn Geld fließt vor allem, dass du das Ganze outsourcest, um eben dich aus dem Business rauszunehmen und um so auch mehr Geld zu verdienen. Und wenn du zum Beispiel jetzt hier ein Thumbnail bearbeitest, dann würde ich niemals mehr als 10 Euro bezahlen, für zwei Thumbnails zum Beispiel. Dann für das Skript würde ich niemals mehr als 40 Euro bezahlen, auch wenn es in Deutsch ist oder Englisch, das ist völlig egal. Dann für das Voice-Over, die kosten so um die 30 Euro bei Fiverr. Auf Upwork kannst du die meistens sogar noch günstiger finden. Der Video-Edit, das kommt immer ganz drauf an. Ich habe schon welche gesehen, die für 20 bis 30 Euro zum Beispiel am Start sind. Und fürs Publizieren, das machst du einfach selber, das lernst du auch selber und da vertraue ich auch keinen anderen Leuten momentan, weil das einfach eine Sache ist, die musst du lernen. Also wie du zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung machst und alles, das musst du lernen. Und wenn du aber trotzdem jemanden haben möchtest, der eben für dich auch deine Suchmaschinenoptimierung macht und alles, dann lern jemanden an und gib ihm ganz genaue Arbeitsaufträge, die er nutzen kann. So, ich zeige dir jetzt mal ein paar Leute auf Fiverr, die du nutzen kannst, eben um diesen Prozess für dich zu automatisieren. Das heißt, im Gesamten kostet das so ungefähr zwischen 100 und 150 Euro pro Video. So, gehen wir doch mal gemeinsam jetzt auf Fiverr und schauen mal nach Leuten, die eben genau diesen Prozess für uns übernehmen können, sodass wir mit YouTube 500 Euro am Tag und mehr verdienen. Und ich fange einfach mal an hier mit YouTube Thumbnails und dazu gibst du eben einfach ein YouTube Thumbnails und dann findest du schon einige Sachen und ich setze immer ganz gerne das Budget hier immer auf, ja sagen wir mal 5 Euro maximal und dann filtert das jetzt schon mal die etwas teureren aus und dann kannst du einfach mal durchgehen und dich für jemanden entscheiden. Sagen wir zu den hier zum Beispiel, dann öffnet sich hier ein neues Feld und du bekommst ein Thumbnail für 4 Euro zum Beispiel, also 4,32 Euro in dem Fall. Ich empfehle dir auch für deinen ersten Auftrag mal mindestens drei Leute zu buchen, die denselben Auftrag für dich erledigen. Das hilft dir dabei, die beste Person zu finden und für die zukünftigen Aufträge eben schneller was zu erledigen mit einer besseren Qualität. Das spart dir wirklich, wirklich viel Zeit und Geld und glaub mir, an dieser Stelle habe ich schon sehr, sehr viel ausprobiert. So viel dazu, du brauchst ungefähr 4, 5 Euro für jetzt zum Beispiel ein Thumbnail. Dann haben wir als nächstes hier auf unserer Liste haben wir, wie gesagt, das Skript. Das Skript kannst du dir auf Fiverr ebenfalls holen, aber da finde ich, ist die Qualität jetzt nicht so nice bisher. Deshalb benutze ich andere Plattformen wie zum Beispiel Textbroker jetzt hier und da kannst du dann einfach einen Text in Auftrag geben. Ich empfehle auch immer, dass du Texte in einer Länge von 1500 Wörtern oder mehr nimmst, denn dann ist dein Video mehr als 8 Minuten lang. Und das ist wichtig, wenn du zum Beispiel im YouTube Partnerprogramm bist, denn dann kannst du Werbeanzeigen auf deinen Videos laufen lassen und verdienst so nochmal ein bisschen extra Geld. Das ist zwar nicht unbedingt viel Geld, was du dann damit verdienst, aber es ist immerhin Geld, was du sonst auf der Straße liegen lässt. Außerdem habe ich hier auch jetzt gerade schon ein paar Leute auf Fiverr rausgesucht, hier für YouTube Skripte auch. Die kannst du auch gerne mal ausprobieren und mir auch mal unter die Kommentare schreiben, wenn du mal jemanden gefunden hast, den du jetzt gut findest. Ich bin selber stark am Testen hier und bisher fand ich die Qualität jetzt nicht so gut, aber ich habe schon andere Leute gesehen auf YouTube, die eben gesagt haben, dass sie ihre Skripts hier auch manchmal machen lassen. Deswegen probiere es ruhig aus. Manche sind echt wirklich spottgünstig und sollen anscheinend gut sein. Der nächste Punkt hier ist auf jeden Fall ein Voice-Over und da hast du halt die Möglichkeit, entweder englischen Content zu erstellen oder deutschen Content zu erstellen. Und dadurch, dass du den Content ja eben nicht selber machst, ist ja völlig egal, ob du das jetzt auf Deutsch oder Englisch machst. Und auf Englisch kostet ein Voice-Over mit jetzt zum Beispiel 1500 Wörtern, kostet jetzt 25 Euro und ist wirklich gutes Englisch. Kannst du ja gleich mal hier hören, wenn ich hier drauf drücke. Also wirklich gute Qualität, ein gutes Englisch. Ich habe auch hier jemanden auf Deutsch hier schon am Start hier, das sind einige Leute. Ich glaube, der hier war ziemlich nice, der war aber relativ teuer, glaube ich. Den kennt man auch so. Ich habe auch schon Leute gefunden, die sprechen für Nivea-Werbung oder für L'Oreal oder sonst was. Das ist mega krass. So, als letztes brauchen wir natürlich noch jemanden, der das Video bearbeitet und zusammenstellt, alle Komponenten in ein Video reinlädt und eben dann für dich in so eine Form bringt, wie jetzt zum Beispiel dieses Video, dass du es halt auch hochladen kannst. Und ich habe einfach mal Edit Top 10 Videos vor YouTube eingegeben und dann kommt hier zum Beispiel ein Gig wie dieser hier. Der macht hier 5 Minuten Running Time, also wenn ein Video 5 Minuten lang ist, dann kostet dich das 8 Euro zum Beispiel. Wenn du jetzt hier auf 8 Minuten willst, kostet das 17. Und wenn du dann halt 13 Minuten willst, dann kostet dich das hier 30 Euro. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was mir der liebe Jan immer pro Video charged. Danke Jan für die Hilfe. So, wenn du jetzt die Leute auf Fiverr gebucht hast, dann gibst du dir den Zugang hier zu diesem Trello-Board und sagst denen einfach, sobald die Karte auf das jeweilige Feld hier gezogen wird, sollen die anfangen zu arbeiten. Manche Tasks können auch gleichzeitig gemacht werden, wie zum Beispiel Thumbnail und Script. VoiceOver kann nicht gemacht werden, es sei denn, dass Skript ist vorhanden. Deswegen macht das beim VoiceOver erst Sinn, das hier eben zu bearbeiten, wenn das Skript da ist. Genauso eben wie Video Edit. Das macht uns nämlich keinen Sinn. Das Gute an Gigs wie diesem hier zum Beispiel ist auch, dass sie dir kostenlos Videos zur Verfügung stellen, die eben in deinem Video hineingeschnitten werden. Und das können entweder lizenzfreie sein oder aber durch Storyblocks erworbene Videos. Also das sind solche Plattformen, wo Leute ihren Content hineinladen und zum Verkauf listen und du zahlst halt ein monatliches Abo dafür. Und das machen die eben schon für dich. Es macht natürlich auch Sinn, dass du dir selber so ein Abo zum Beispiel sicherst, einfach damit du den Leuten dann den Zugang dazu geben kannst, als dass sie für dich eben das in die Videos reinschneiden können. Aber das ist wirklich schon Next Level. Offensichtlich braucht es viel mehr als jetzt nur das, was ich dir gezeigt habe. Aber ich kann leider nicht mehr in dieses Video hineinpacken, weil es einfach schon so ultra lang ist. Und aus diesem Grund habe ich einen Workshop für dich vorbereitet. Den verlinke ich dir im obersten Link in der Videobeschreibung. Und da zeige ich dir ganz genau die einzelnen Schritte, die du gehen musst, um eben dein eigenes Online-Business zu starten und wie du hochpreisige Produkte online verkaufen kannst, die dir wirklich gutes Geld bringen können. Und wenn du zum Beispiel jetzt mein neuestes Video angucken willst oder du möchtest dir dieses Video angucken, dann kannst du das auch gerne tun. Egal für was du dich entscheidest. Wir sehen uns dann. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.